Ich habe einen Tipp von meiner Kollegin erhalten. Dann ging ich auf deine Homepage und die fühlte mich sofort angesprochen. Und so habe ich mich dann rasch bei dir gemeldet. Ich hatte verschiedene Probleme. Als ich zu dir kam, hatte ich eine lange Liste über Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich habe unter Verstopfungen, Magenkrämpfe und Blähungen gelitten. Ich konnte maximal ein bis zwei Mal wöchentlich auf die Toilette. Und ich hatte grosse Schlafprobleme und hatte über längere Zeit sehr wenig, also gar nicht geschlafen. Ich war so auch energielos und immer müde und hatte grosse Konzentrationsschwierigkeiten, vor allem im beruflichen Alltag. Mit der ersten Diagnose bei der anderen Ärztin war ich völlig überfordert. Ich habe auch nichts verstanden. Zuerst haben wir eine Standortbestimmung gemacht mit einem Beratungsgespräch, was sehr verständlich war. Und dann haben wir begonnen, meinen Darm, welcher jahrelang gelitten hat, wieder aufzubauen. Wir haben dann eine Darmsanierung gemacht. Und ich habe natürlich meine Ernährung und vor allem mein Essverhalten komplett umgestellt. Also das Resultat ist, ich kann alles wieder essen. Also ich habe keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten mehr. Und meinem Darm geht es wieder richtig gut. Es funktioniert wieder. Ich kann wieder wunderbar schlafen, fühle mich gesund und vital. Also kurz gesagt, ich habe eigentlich mit der Wissen viel Lebensqualität gewonnen. Ich habe mich auch bei dir verstanden gefühlt. Und ich schätze das extrem. Deine grosse Fachkompetenz und auch die Lebenserfahrung, welche du mitbringst. Und was ich auch sehr gut fand, ich konnte mich bei Fragen oder Problemen jederzeit melden. Du hast mir jederzeit geholfen. Und wenn ich mal einen Einbruch hatte, hast du mich auch mental rasch wieder zurückgeholt. Und ich fühle mich leichter und habe keine Heisshungerattacken mehr. Ich finde es toll, in einer Gruppe dieses Coaching zu machen, weil man kann sich gegenseitig motivieren. Man kann auch von anderen Teilnehmern lernen. Und es ist interessant zu sehen, wie jeder individuell auf dieses Programm reagiert. Und man kann aus Schwierigkeiten oder Herausforderungen von anderen Teilnehmern extrem viel lernen. Ich habe auch viele gute Tipps für eine gesunde, vor allem schnelle und auch feine Küche bekommen. Ich kann das allen empfehlen, welche langfristig etwas ändern wollen, welche gesund, fit und schlank werden wollen und vor allem es auch bleiben wollen. Ich kann es allen empfehlen, welche diesen Weg einfach nicht alleine gehen wollen und auch von dir, Andrea, professionell und mit viel Herzblut begleitet zu werden wollen. Vertraue und glaube, esεine Warn und Schwerwer Safe Vielen Dank. Vielen Dank.